Heute gibt es mal wieder ein etwas größeres Paket. Wir schauen uns heute einen Gaming Stuhl unter 200 Euro an, den One Gaming Chair Pro Black V2. Wir haben uns ja schon einige Stoff Gaming Chess angesehen, heute gibt es einen Kunstlederstuhl. Vorab sei schon einmal gesagt, da die Frage häufiger kam, dieser Stuhl ist für eine Maximalbelastung von 130 Kilo ausgelegt. Der Aufbau ist wie bei allen anderen Gaming Stühlen genauso einfach und in ca. 10 Minuten erledigt. Alles was man braucht ist ein Imbus und ein Kreuzschraubendreher, dieser befindet sich aber mit im Lieferumfang. Was mich wirklich positiv überrascht hat, war die gute Verarbeitung. Der Fuß ist nicht aus Kunststoff, sondern vollwertig aus Metall. Schaut man unter den Sitzkisten ist hier ebenfalls alles hochwertig und aus Metall gearbeitet. Keine billigen Baumarkt Plastikrollen, hier gibt es gut verarbeitete und leise Rollen, egal ob für Laminat oder für Teppich. Kein echtes Leder, ja das ist richtig, hier haben wir Kunstleder, welches trotz alledem sehr angenehm ist. Auch wenn man genau hinsieht, sind die Nähte hier wirklich sehr gut gearbeitet. Wer von euch einen Lederstuhl haben möchte, diesen gibt es natürlich auch in einer anderen Version im One.de Onlineshop. Ich persönlich muss hier anmerken, dass ich ein großer Tierfreund bin und immer zu einem Kunststoff bzw. einem Polyurethan, kurz PU Material greifen würde. Zudem hat der PU Stuhl eine höhere Dehnbarkeit als Echtleder. Egal ob ihr groß oder klein seid, ihr könnt den Pro Black V2 von 41 bis 48 cm in der Höhe verstellen. Positiv zu erwähnen sind noch die Armlehnen. Diese lassen sich nach vorne, nach hinten, nach innen und nach außen und in der Höhe verstellen. Dies ist recht interessant, je nachdem was ihr für einen Schreibtisch habt. Der Stuhl hat ebenso wie das Lordose Kissen ein eingesticktes One Gaming Logo. Zudem gibt es noch ein Nackenkissen, welches das Sitzen echt gemütlich macht. Wer lange am PC oder Arbeitsplatz sitzt, sollte definitiv sich einen vernünftigen Stuhl zu legen und hier nicht sparen. Zusätzlich haben wir beim Pro Black V2 noch die Möglichkeit die Rückenlehne recht weit nach hinten zu lehnen, um uns vielleicht einige Minuten zu entspannen. Ist mir irgendetwas negatives aufgefallen? Beim Sitzkomfort definitiv nicht. Beim Nackenkissen hat etwas das Füllmaterial raus geschaut, was nicht sein sollte aber auch nicht weiter tragisch ist, weil es genau am Reißverschluss war. Ebenso waren die weißen Handschuhe, die mit dem Lieferumfang liegen, nach einigen Sekunden schon kaputt und relativ klein. Das hat aber nichts mit dem Gaming Stuhl zu tun. Grundsätzlich habe ich am One Gaming Chair Pro Black V2 nichts auszusetzen. Im Onlineshop von One.de findet ihr noch weitere Modelle, auch weitere Stühle in verschiedenen Farben, schaut gerne einfach mal vorbei, den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und jetzt mal eine Frage an euch, auf was steht ihr bzw. sitzt ihr lieber? Kunstleder, Echtleder oder Stoff bei einem Gaming Share? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, unter allen Kommentaren verlose ich noch einen Grid XL Gaming Mauspad von One.de. In diesem Sinne danke fürs Zuschauen, Leute macht's gut, bis zum nächsten Video, ciao!